haben wird und und er ist so viele große Prozent all das noch der Katzen zu laut ich bin es nicht das was sie über eine Lappe ich dich an aus dem Tag eine Schuss mit da zurückkommend mit dir da ja glaube ich das ich ich verweif das ist das ist die die hier dann eigene bild oder so wer ich weiß dass du er ja klar ist und in berlin und das bin ich, das bin ich du Idiot das ist so fein schon, oh mein Gott beleidige mich die Ahnung nicht hör auf abzuspacken ah das ist so fein schon, oh mein Gott beleidige mich die Ahnung nicht keine Beleidigung, ja sowieso, keine, keine Ahnung Aaaaah guck mal das dreht sich und ich häng den Boden fest genial ne Otz spielt das auch noch mit aber was frisst du da eigentlich gerade? Pfannkuchen mit Schinken und Käse oder was? jaa Schinken oder Käse, Schinken oder Schinken oder ey, Lufth, langsam kommt mir das sofort, ob Otz nur so tut als auf der Person wenn ich so tun würde, dann würde ich immer noch auf die Knöpfe drücken, glaub ich ist mir egal ob was so tut oder nicht, alles lustig nein, das ist nicht natürlich wenn er es nur so tut, dann ist es nicht lustig ja, es wird auf YouTube sein, das ist so lustig nein, ich will es nicht natürlich es wird mein Favorit auf YouTube ich werde es favor- favoritisikanieren und alle Leute, die mich abonniert haben, sagen, sie sollen es auf ihrem Kanal verlinken und also 2 also 1 also nicht, also nicht viele Spiele fake jaja, mal eben nicht meinen 3 oder Account und Scope hey, vielleicht sollte ich ein bisschen angucken, was ich dir geschickt hab Nein, ich glaub, die Wand ist im Weg, oder, oh, was willst du? Wow, what the fuck? Guck mal, das ist einer von diesen komischen Hettkopfschutz-Funds. Guck mal, da ist Gorb, hallo, Gorb. It really was a-k-k-k Das muss aufhalten sein. Hier, das ist fake, hat aufgelegt. Oh, das tut echt nur so. Rinkley, halt deine Fresse. Ja, genau deswegen. Der tut echt nur so. Nur, weil du seine Fresse halten sollst, das ist häufig die Meinung von uns, das ist kein Argument. Halt die Fresse, Feindschiff. Ha, 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 das Ding spart ab, wenn ich dagegen schlage. Gelbes Headcrack. Es hat gelbe Zähne. Was hat gelbe Zähne? WDF, sorry, ich vergehen es gar. Hier ist ein Spuler-Zombie, der eine Stange empführt. Na, hat der den Mann schon geboren. Hallo, Zombie. Hallo, Zombie. Zombie, ich geh mal hier lang. Tschüss, Zombie. Ich hab da keinen Kabel zu holen. Alter, wer hat Otze abgefüllt und warum? Was? Nein, nein, nein. Ich fühle mich so hilflos und mein Diamant schwert. Ich hab keine Fresse. Rink. Rink. Doch, krass doch, du hast meinen Schrank getötet. Oh, du hast nur mir fliehen. Bist du da in Ruhe. Wer ist wieder Kugel, du Xanon? Hallo Xanox. Guck mal, ich hab einen Schrank. Ah. Jetzt sind wir ganz stolz auf dich. Hör auf, meinen Stulz zu klauen. Ich bin Pol, ich darf das, ja. Die Lizenz zum Polen. Boah, ich weiß das. Alter, hör auf mit dem Audio-Spam, wer auch immer. Skorp. Du hast nicht, du hast nicht grad, oder hast du mein Schrank? Skorp, warte, machen du das. Du hast meinen Schrank kaputt gemacht. Seid, dass es nicht mehr fährt. Skorp. Soll ich mir jetzt immer probieren? Okay. Hallo? Wo seid ihr denn hin? Oh mein Gott, da ist jemand. Ja, sterben. Ja, sterben. Sterben. Sag mal, nimm Skorp eigentlich immer noch auf. Ich weiß nicht, aber er fütte an. Blackheadcrap, Blackheadcrap, ich hasse die Dinger. Ich glaube, ich gehe hier lang. Wir haben einen kleinen Lüftungsschacht für mich. Und ich kann nicht mit meinem Schimpf bestützen. Stopp. Warum stirbst du Gott? Und? Okay, wer ist so laut, verdammt? Da unten gelaufen immer so kleine Nachrichten, wo komische Wörter drinstehen. Ich hab dir nur Snooping as usual IC geschickt. Und jetzt kommt von Link, bleibt zwei, äh, drei Punkte, und dann ist komisch schraubiger Smiley. Ich habe Stimmen in meinem Kopf. Reden auf dir. Oh, hier ist eine Leiter. Hallo, Leiter. Hallo. Die Leiter hat gesprochen. Nein, habe ich gar nicht. Ich dachte, er war Invincible. Das muss Xanox von uns denken. Bei uns ist Feier. Das ist doch so. Warum bin ich bei Sport? Sport bekam 8 Level. Und wenn es kommt, dass er es gerade aufnimmt. Wenn ich das hochlebt, Leute, dann sei euch gesangt, ihr seid alle schreien. Ich glaube, das muss ich nicht hochladen, wenn du dagegen bist. Scheiße, ich glaube, ich habe gerade nicht nur ein Diamantschwert, sondern auch ein Steak Eisen verloren. Ja, Feuer, 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 Feuer. Das ist ein bisschen, Mann. Der spackte gerade ab. Das ist ein bisschen, Mann. Hallo, Alter? Hallo. Ich bin dein Autor. Du hast mir ein Autor gefallen. Danke für deine Muni-Otze. Gibt die wieder Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, um Left 100 2 zu spielen Hey, guck mal, ich hab ein Wackelbett Server-Shotting down Mein Computer ist schlecht Snooping is usual, I see Ich denke, ich sollte mich von so gut An sich wäre es jetzt der richtige Moment, um Tollbox-Heroes zu spielen Nein Doch Major Danger Wer spammt da die ganze Zeit? Scarp, hör auf mit dem Audio-Spam Scarp, das ist echt nicht lustig Scarp nimmt Garp auf, glaub ich Trotzdem wäre es nicht lustig, dass er gerade Audio ist Boah Man kann das nicht lustig machen Jetzt muss ich mir darauf hin